Guten Morgen! Normal hatte ich mir ja vorgenommen jeden Montag ein kleines Resümee bezüglich der Umstellung auf die Rohkost zum Besten zu geben, aber durch die aktuellen Videos zum Rohkost Potluck, wer das Video noch nicht gesehen hat, der findet das oben in den Infokarten, werde ich also Euch heute einen Tag später meinen aktuellen Status zum Thema Rohkostumstellung mitteilen. Also zum einen ich bin noch dabei und zum anderen habe ich aus der 2. Woche eine ganz große Erfahrung mitgenommen. Wenn ich kleine Mahlzeiten esse in der Rohkost und diese verteilt über den Tag, dann hat dieser Tag ein großes Potential ein Tag zu werden wo ich mich überfresse. Wer mein Food Diary gestern noch nicht gesehen hat, auch den Link ist oben in den Infokarten zu finden. Ich fahre ganz deutlich, am besten wenn ich 2 Mahlzeiten pro Tag in der Rohkost esse. Früh meistens Smoothie, aber es muss kein Smoothie sein, wenn es z.B. Wildreis mit Gyros ist, dann hat mich das auch vollkommen befriedigt, also Rohkost Gyros und rohköstlich zubereiteter Wildreis selbstredend. Aber es muss schon ordentlich was reinkommen an Energie, sonst wird das nichts. Am Ende des Tages kann man auch durchaus nochmal eine kleine extra Mahlzeit einbauen. Wie gesagt das sind meine Erfahrungen wie ich die Rohkost erfahre. Aber der Start des Tages bzw. die erste Mahlzeit die durchaus erst 16 Uhr sein kann, die muss kalorienreich sein. Das ist zumindest eine ganz wichtige Erfahrung gewesen für mich. Weiterhin habe ich nur die ersten intensiven Erfahrungen mit Sprossen und Keimen gemacht, dazu ein kleines Video. So wer mich kennt der weiß halbe Sachen gibt es ja nicht und von daher ist das jetzt mein aktuelles Ding hier zu Keimen und zu Sprossen, 100% Rohkost da muss ich mich mit dem Ding definitiv beschäftigen und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf die Geschmackserlebnisse die hier vor mir stehen. Nur mal kurz eine kleine Einführung damit ihr wisst was hier ist. Also hier ist gekeimter Buchweizen, den werde ich zum einen so kosten und dann werde ich ihn dürren und vermahlen und das ist wohl die Basis für viele Rohkostrezepte. Dann habe ich hier Kichererbsen, die schon keimen, die sind wahrscheinlich, der hier zum Beispiel ist wahrscheinlich schon ziemlich cool und die sind schon seit 3 Tagen unterwegs, das heißt du kannst die heute schon fast essen. Die habe ich jetzt erst neu eingeweicht und jetzt gerade zum Keimen hingelegt. Dann habe ich hier Alfalfa-Waischprossen, die brauchen noch 3 Tage. Hier habe ich angefangen Brokkoli-Sprossen zu keimen, das ist heute, das hier sind Mung-Bohnen-Sprossen, das ist Wildreis, der wird nur eingeweicht, genauso wie der Hafer, der nur eingeweicht wird. Dann habe ich hier Süßlupine, die tue ich jetzt einweichen und dann versuche ich sie keimen zu lassen. Und das hier ist eine schwarze Bohne, die habe ich für meine Instant Pot Rezepte oft genommen, kann man bestimmt nicht erkennen. Ich bin mal gespannt, ob die vielleicht auch keimen, weil ich habe ja noch ein paar Kilo davon rumstehen und die kann ich eigentlich jetzt so gar nicht gebrauchen. Und hier drin sind folgende Sachen, unten ist Hirse, hier sind auch nochmal Alfalfa-Waischprossen und hier oben ist nochmal Brokkoli. Da habe ich jetzt das Ding gekauft, mal sehen wie das funktioniert. Ja also Brokkoli-Sprossen sind scharf und absolut nicht mein Fall, werde aber das halbe Kilo, was ich gekauft habe, natürlich trotzdem aufbrauchen oder den Wildreis oder den Nackthafer gemischt. Die schwarzen Bohnen dauern eh nicht zum Keimen, sind aber nun nach 5 Tagen nun endlich offen und der Schwanz kommt raus. Kichererbsen sind ein absoluter Traum, im Geschmack und auch als Snack absolut Gold wert. Man kann sie kurz in Sojasauce marinieren, mit Gewürzen und dann so essen oder normal oder eben einfach so essen, wie ich das meistens mache. Und ich wiederhole mich da gerne, es ist ein absoluter Traum. Dazu liefern sie bei einer durchschnittlichen Portion von ca. 250g ein Drittel aller Aminosäuren und ein Drittel aller B-Vitamine des Tagesbedarfs, was beides nicht unbedingt die Stärke der Rohkost ist. Also gekeimte Kichererbsen ist für mich ein absolutes Must Have. Ich bin aber auch noch auf der Suche nach einem billigen Anbieter in hohen Qualität. Das aktuelle Produkt was ich habe, das habe ich unten mal verlinkt, das ist billig, aber das war's auch. Da Preis stimmt aber es keimt nicht jede Erbse und entsprechend ja. Und wenigstens das Bio Label wäre auch schon cool. Aber selbst wenn es nicht Bio hat, dann will ich einen vertrauenswürdigen Händler, der sich bloß die Kohle für das Label nicht leisten kann oder will. Mungobohnensprossen sind direkt auf Platz 2 der ganzen Keime, was zumindest den Geschmack angeht. Alfalfa sind mir genauso scharf wie die Brokkolisprossen. Lupinensprossen hingegen sind relativ neutral, lecker als Brokkoli in Alfalfa, aber nicht so geil wie Kichererbsen und Mungbohnen. Wildreis und Nackthafer lasse ich nur einweichen, nicht keimen und esse die nach 3 bzw. 1 Tag. Diese beiden Zutaten sind die absolute Sättigungsgrundlage und quasi die Kartoffeln oder Zutaten oder der Reis der Rohköstler. Jetzt habe ich mal angefangen Braunhörse mal keimen zu lassen und da bin ich einfach auch gespannt und werde Euch informieren. An sich legt sich so etwas die Anfangseuphorie der Rohkostumstellung etwas und man erwischt sich schon durchaus mal eine Pizza Luigi einnehmen zu wollen. Wer die beste vegane Pizza nach original Sizilianischem Respekt von mir Rezept noch nicht kennt, der muss unbedingt die Pizza nachmachen, oben in den Infokarten. Aber sag ich Infokarten, ich poste es gleich hier, es ist die hammermäßigste Pizza der Welt und das ohne Pizzaofen und teure Zutaten, klassisch Sizilianisch eben und auch die Feedbacks waren bisher sehr positiv die das nachgemacht haben. Aber da schaut Euch einfach das Video an und dann könnt Ihr Euch euer veganes Leben nicht mehr ohne Pizza Luigi vorstellen, zumal man den Teig wunderbar auch auf Vorrat machen kann. Ach ich darf gar nicht dran denken, ich bin ja Rohköstler. Thema morgen wird sein, so denn nichts aktuelleres dazwischen kommt, was ist eigentlich ein bewusstes Leben und woran kann man selber einfach mal konkret testen ob man bewusst lebt. Und vor allem wieviel Prozent des Tages man genau, exakt auf die Minute genau bewusst lebt. Ein sehr interessantes Experiment was ich Euch morgen vorstellen werde. Ich freue mich schon darauf und verabschiede mich und wünsche Euch einen wunderschönen Dienstag. Euer Christian. Tschüss.